Servus Leute, ich bin Sabri, mein Bruder Sadek ist gerade nicht da. Er ist im Urlaub in Tschechien, Ihnen gehts gut. Und like unsere Seite auf Facebook, Sabri und Sadek Fanpage. Und dann erwartet ihr auch neue Songs von uns und neue Videos. Ja, jetzt zeig ich euch mal was Rappes. Willkommen in meiner Welt, ja wir leben hier im Augenblick. Von dem Stadt unterdrückt. Kinder, die mit Hitze sich betreten und kippen. Keine Hoffnung haben und immer tief versinken. Mütter haben Sorgen um ihre Kinder, doch die begreifen es nicht. Stattdessen sind sie unterwegs und berauschen sich lieber mit den Freunden unterwegs, wenn uns Scheiße bauen. Alles vergessen und die Zukunft sich verbauen. Und immer tiefer, 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 tiefer in den Sumpf sinken. Am Ende wird es was. Einige jene, die sie heraufkriegt. Wir leben hier im Augenblick. Nur die Zeit verrückt. Aber langsam tickt. Und die Junkies, die nur wecklen, um sich Ero zu kaufen. Haben alles aufgegeben. Alles, was sie brauchen. Und kleine Kinder, die mit geputten Klamotten rumlaufen. Trotzdem wird sie da. Sie haben alles, was sie brauchen. Und haben wenig Paare, um ein Vater zu kaufen. Und gehen in den Sperrmüll und holen sich gebrauchen. Mütter haben auch so mehrere Kinder. Was sie gerade machen. Geht es ihnen gut? Oder klauen sie schon Handtaschen? Ja, es gibt Kinder, die mit Gästen sich berauschen. Sie, wie es unterwegs, sind hinter uns zu lauschen. Wenn ich Kinder sammeln gehe, dann kriege ich ne Gänsehaut. Was soll man machen, wenn der fachst, hat nur ein Text schon.